Also gut, Männer. Jetzt hört ihr Blackbeards ehrliche Meinung. Ihr fragt mich, verheißt dieser Käpt'n euch ein Leben voller Beute, Raub und Abenteuer? Ei! Unter allen Glücksrittern, die hier im Karibischen Meer kreuzen, zählt er ganz klar zu den Gerissensten. Einst dünkte ich mich selbst als die gefährlichste Plage dieser Gewässer. Aber dieser Mann ist ein verschlagener Hund. Er nährt sich von Tod und Terror. Ich sah, wie er auf Deck einer spanischen Galleon negraschig machte, als wäre es nichts. Er kämpft wie ein Teufel in Gestalt eines Menschen. Und gewinzt ist er. Findet seinen Weg über jede Klippe und jeden Winkel dieser Inseln. Also, seid ihr auf Beute und Abenteuer aus. Ist Käpt'n Edward Kenway euer Mann. Doch fing er weg von seinem Privatleben. Diesen Mann umgeben Geheimnisse, nach denen sogar ich nicht fragen. ис Läu Koopak Kloisse 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 Untertitelung des ZDF, 2020